Wir Menschen zu etwa 70 Prozent aus Wasser bestehen. Wasser ist an allen Prozessen im Körper beteiligt. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, könnte ohne Wasser ablaufen. Die Programme sind dafür gedacht, das Wasser mithilfe des pulsierenden Magnetfelds mit den gewünschten Informationen zu informieren. Man hat Lieblingsprogramme mit der Zeit. Ich nutze die Wasserprogramme des Make-Healy dreimal täglich. Ich trinke täglich mindestens 30 bis 40 Milliliter gefiltertes Wasser je Kilogramm Körpergewicht. Täglich Früchte und Gemüse mit einem sehr hohen Wasseranteil.